ja mir gibt es auch weiter okay wir machen die Kölner können das ist der Maschinenraum machen das Glas Koppel Dengster nah an dem Sinn und nur dann macht wieder du müsstest mir aber eine Mensch machen und was er in der Maschine war mehr das was die meinen Töten macht so den Mensch mal im Brot so mache ich wie macht den Brunzen schon wieder hier ich 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 so lange es ist noch bei der Pixel was ich mir nicht mehr so und kurz er erst mal den Kopf die zu laut Kiste Kabel zum Alter auf den Kabelstor und ich baue aus Kabelstor er will Kabelstor am Ende der Dreckskiste mich hin um das ist gar nicht ich habe schon ein Spiel das Bausteigen was aus Kabelstor mehr ich wollte gerade tun ich habe einen Inventar das Zufall ist das heißt ich muss in seiner Kiste machen oder der Dreck reinkommt haben wir schon ein Niederportal sich komplett vergessen keine Ahnung Neuerbach eben nicht nach dem Setz hier ist ein ich hab die Arbeiter ich muss noch zu sehen gehen sollen mit dem wir getroffen wurden so müssen zockt so ich gehe jetzt von mal was bauen aus Kabelstor so ist könnte ich wieder mal entgegierten ja ich brauche es dann wird was aus Kabelstor und ich habe es gerade gesehen ich brauche nur ein bisschen Koppelstor für Rentsch am besten baue ich mir gerade eine Elektronik dann kann ich mir Koppel Kabel Refined Iron und Redstone und Redstone haben wir noch Enderman oder sowas wie mich in die Nether soll hier sehr bestimmt mal gehen also das wäre sehr ich weiß alter schnallt das gerne aus uns fachs ich weiß gar nicht mehr was ich äh was er irgendwo draußen kiste mit Cremit nur Kabel und Bullshit ok was wohl steht morgen das ist keine bau schreien das gehört hier draußen kommt um haben wir obsidium der schwarze ich nicht in den schatten kämpft die angebung wo ist die mannig schatten hat ihn das noch ein bisschen wo ist die man nicht schatteln habe ich keine Ahnung wenn dann sollte die noch dort drin einfach zu einer Sohn er hat das war ein bisschen blöd ich hab da einfach das hat es ja blöd ich sollte sie wieder von Anfang an stillen und er hat das will X Kind da war ich selbst K Prozent jetzt ist doch so wenig los sollten sich hinterlegen so um das ist im besten die Sagen der Mutter wo ich hab noch zwei Elendoren das wird ich mir denn jetzt ist man machen dass ich es war doch als ich mir ein Prozent wartet das Wetter das war doch und ich wollte mir glaube ich ein mehr ein Rotary Miserator machen so viel ich ja ich weiß ich ja mit Schuhen immer gespielt er hat das recht lang hier das letzte Mal ja alter Mann ich habe also was war hat schon wieder wo man die das braucht die Lärmöse Ritter Wolltest du auch so ein sehr schweres war er schon ne ich habe die Folge gerade so ein bisschen vorhin noch nicht wieder vergessen also was in die Mitte kommt glaube ich noch einen Maschinenburg ich weiß nicht aber ich weiß nicht mehr genau was das war ah man erst haben wir zufällig ein Leder zu Hause schau dir mal ich bin grad nicht daheim ich schau mal in den Nähter ich brauche gerade ein Haus what the hell alter spiel mob mich selber mob mich ich baue es weg ich bekomme zwar die Items aber es kommt immer wieder zurück ich weiß wirklich gar nicht was war das nochmal alter Cole das alter Mann wirklich ich habe ja genau die Sachen ich weiß es doch genau noch dass ich ja okay ich hab's auch verstanden ok ja hast du es so ist hast du nicht über dem letzten Mal das normale Minecraft laufen nein ruck ja weil ich hier gerade im Nähter der hat sich erst generiert haben wir schon einen Schamptebel ne ich wollte nämlich gerade erst dann machen alter weißt du was geil ist ne query ja nur das ist ich habe das ich habe jetzt auch also ich muss meine zuschauer mal was sagen dass wie heißt das das normale teckel projekte wird mal passiert oder direkt abgebrochen und wir haben jetzt dort ein bisschen so mit creative ein bisschen ausprobiert also ich fahren und dann habe ich um vom kopf quali wie man die am besten baut habe ich jetzt gemerkt und alter wie viel die erst die finde das ist sowas von übel ist ja eben er hat muss ich natürlich noch sagen schon in der krimskrams kiste ist so ist was wollte ich jetzt noch mal an den baum ja ich brauche sind das ist das kiste so war die zusammen mit drei betten alter du bist so wir haben wir gleich gemacht ich war eine zeit lang wolle suchen und dann habe ich gleich drei betten gemacht ja keine ahnung ich mache mich mit dem tritt so nicht was du machst ich habe mich mit dem ich bin es ist so gut die amtssachen die sieben keine Ahnung besorgen könnte ich noch ein bisschen machen das sind wir doch einmal nur sieben Tiers wir können neun ja ich dachte es ist auch so also dieses durstet ist diamant den gemacht oder was habe ich ja mann zu schneiden ja habe ich gemacht für gas das waren zwei die es dann brauchen noch eine e-batterie copper cable redstone wenn ich wissen dürfte ich ich mache gerade eine elektronik mensch dass ich dass sich am besten dass die sache nicht kaputt gehen weisung wenn ich sie abbaue und dann den technikraum besitzt man im mining drill machen doch noch gar keine scheiß Idee so und ich habe eine elektronik wenn man nicht die kann ich dann liebt den lossless mode schon wieder machen um dein bruder ist wie das hier laut alter mann das spiel auf kaum naja äh jungen 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 immer weiß ich kann mich fast gar nicht mehr das gar nicht mehr leiser drehen schon richtig leise gedreht los was mir sagen ja genau ich kann mich jetzt nur in skype minuten aber dann würde man in meiner aufnahme genau gleich weiterhören also aber in der aufnahme glaube ich hat man so ein Bruder hat man auch gar nicht er ist hier stark zu die jungen also den lossless mode verdammte scheiß mann wie tue ich den anschalten ich muss die jungen so das werden wir machen also was machen als nächstes das nichts anderes machen wenn ich die an ein es so gut gestorben was aber nicht diesen einen dritten nicht er hat auch sonst als kreiber mehr als weg gesprungen dass man heute die jahre durchfaschen das ist auch der da ist einfach raus geht Oh, nur noch ein Minimum, äh, Minimum-Teil da und dann haben wir einen Minimum-Stone. Doch, doch, das kann ja. Ja, du kannst die aus mit Gold und so machen. Cool. Also wir haben so viel Dreck und Kabel. Also ich finde, ich finde, ich brauche dieses Projekt schon richtig wie ein, äh, normales. Ja, aber wenn wir sterben, dann wird es reichen. Ja, klar. Aber ich stirbe ja nicht, ne? Ja, was sagst du schon? Ben! Man trifft! Du sollst dir mal ne Eisenhose machen. Ja. Guck dir mal, du lest folgen, da rechst du dich immer drüber auf, dass ich mir ne Hose machen soll. Es rechst du dich bei ihm drüber auf, dass er sich ne Hose machen soll. Ja. So, äh, der Technikraum ist nix. Ja, es ist alles noch bestehend geblieben. Das heißt, wir... Ah, ich wollte mir... Oh, ich hab' mir Hose gemacht. Ich hab' mir Hose gemacht. Ich weiß jetzt, was wir... Ich hab' mir Hose gemacht. Ich weiß jetzt, was wir... Ich hab' mir Hose gemacht. Ich wollte ja so Lappen, ich glaub' ich machen, oder? Ich hab' dir eine Hose gegeben. Genau. Keine Hose. So Lappen, ja, genau so Lappen. Ich hab' dir eine Hose gegeben, Mann. So. Ich hab' sie an, Mann. Also, ähm, wo kann ich denn meinen Technikraum am besten bauen? Weiß ich nicht. Hm. Alter, alter, alter. Sag mir, wo ich das bauen kann. Frage in Gruppe. Nee, kein Druck. Alter. Jetzt hab' ich extra alles mitgenommen. Komm, sag mir, wo ihr noch bauen soll. Hm, fällt mir nicht so an. Alter. Nimm das Glas aus. Das Glas aus? Ja. Ich schau' mich mal im Neto, und ich werd' wahrscheinlich hier drauf gehen. Äh, ist er im Neto? Ich geh' jetzt im Neto. Das habt ihr ein Total? Ja. Okay. Soll ich dieses, äh, Neto-Joppa-Ohr abbauen eigentlich? Das ist ganz normales Joppa-Ohr. Ey, das ist, nein, das ist richtig geil in der Nether. Du kannst so richtig geil die Sachen farmen. Das weiß ich eben. Äh, Gold gibt irgendwie vier. Alter! Wer hat die Pigmen attackiert? Die hat der Kimmich. Ähm. Ja. Du? Fuck. Ähm, es ist Hardcore. Das ist relativ unpraktisch. Fuck, 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 fuck. Vier Herzen. Welcher Trottel? Ich nicht. Alter, wenn du es selbst warst. Ich hab' dir nicht attackiert. Ich war vorher noch im Neto dabei. Es war aber noch keiner außer dem Neto. Ja, eh. Und vorher war ich sogar drin, und da bin ich an ihnen vorbeigegangen, ohne dass ich was gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wo das Portal ist. Oh, nein. Ja, ich hab' mir nicht. Das war's. Ja, ich hab' mir auch nicht. Nein, nein. Bei den Bäumen. So. Ist das gewesen, also, ja, das ist der Führer. Die Kontinente der Seite, das ist der Führer. Das liegt, das liegt. Auch du bist da unten. Hallo. Hallo, bitte. Hallo. Ich hab' mir geradezu gearbeitet. ich weiß nicht, halt. Genau. Ähm... Ah, hier ist das Potter. Das ist gut. So. Also. Irgendwie hab ich Angst vor dem Pigment da gerade. Hätte ich auch. Ah, das hat er gekriegt, was hat er gekriegt? Ein Pigment. We find iron, ja, so. Und dann hab ich hier noch ein bisschen rubber. Gut, da kann ich wieder... So, da hab ich genügend Copper Cable. Dann gibt es wieder ein Electronic Circuit. Und das hat Gott... Oh, geschafft. Generator. Noch eine AA-Batterie, okay. Tin hab ich ja genug. Dann das hier. Und, äh... Türen muss ich machen, ich brauch Holz. So. Wir sollten uns mal ein Battle veranstalten. Was sollten wir? Minecraft Battle sollten wir wieder mal veranstalten. Aber halt nicht nur mit zwei Teams. Und, äh, Minecraft Battle, äh, mit, äh, in Hardcore natürlich, ne? In diesem Hardcore, also. Nein, in, äh... In anderem. Ne, das Problem ist nur, äh, die meisten... Wo zum Beispiel du mit deinem Partner gegen... Oostbeider, oder so. Nur das Problem ist halt, die meisten halten sich nicht an Regeln. Also wir müssen wirklich mit vielen Leuten spielen. Ja. Ja, also, wenn ich mit meinem Partner wäre, dann wäre ich gebankt, weiß warum, weil der... Der spielt fast nie Minecraft und... Weil der Michi im PvP viel besser ist als beide. Michi? Ja, klar, dat... Ja, ja, voll. Ich schwör. Michi ist richtig schlecht, irgendwie. So gehört, er schwört. Ey, Digger, du... Der Schrauschen. Äh, wenn ihr Erze habt, dann tut ihr ihr am besten den Meserator, ne? Das ist klar, nicht in die normalen Öfen. Alter, das Zeug provozier mich hier. Ich werde von Minecraft filmproziert. Äh, und dann sollte... Soll ich den ersten, äh... Okay, wo bin ich? Solarpälle eigentlich schon haben, das ist... Alter, das ist eine... Können wir nicht den Vernichterbau, ich hab so viel unnötiges Zeug mit. Ein Vernichter? Ja, ein Vernichter. Und die Stadt. Ein Lavaplatz. Ja. Vorher Vernichter. Iron Furnace und dann, ähm... So, das kann weg. Soll ich jetzt sagen, die auch noch erwähnten, wir dafür heute? Ja. Oh, 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 oh. Ich muss kurz, kurz muss ich was anschließen. Gut. Und ich mein... Ah, te... Öh... Das kommt halt so hören. Dann hab ich mein... Solarpennawartig, ich schließe es kurz noch an. Nee, das macht noch mal auf Wochen, das ist in der nächsten Folge. Meine, das ist gleich angeschlossen, das geht sehr schnell. Ich muss nur kurz hoch. Können die die Aufnahme wenden? Drei, zwei, eins, Aufnahme. A bit.